hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom, wie werde ich es nennen, noodle simulator. in der letzten folge haben wir das projekt begonnen und haben uns zu dieser zu dieser zu diesen nudeln der rahmen vorgearbeitet wir brauchen 15.000 dann kriegen wir 200 hitze das ist schon viel jetzt kriegt man 130 ich würde sagen, ich bin gerade am überlegen, erweitern wir unseren rucksack schwierig dadurch wird mein rucksack upgrade holen warenklappe 5500 20.000 für 250 hitze 2 42 42 43 44 45 46 . so wir brauchen jetzt 20.000 na wir haben schon fast 16.000 so jetzt können wir uns die nächste Nudeln geholt also was kostet das nächste 30.000 so so hier gibt es ja auch Pads ist das alles? ich glaube mal auf den Inseln aha wir gehen mal auf die Inseln und holen uns dort bessere Pads so dafür brauchen wir ein paar Spuren und die kosten bitte keine Jade 100.000 ach du heilige ich würde sagen wir machen erstmal hier weiter oder wir gehen hier zu dem Ei wir gucken mal an dem Ei da gehen wir jetzt auf 20.000 so 10.000 jetzt wieder eine Fliege oh der zweite schlecht ist drin das ist doch gut achso eh äh oh schlecht ist das oh zweitbestes oh mein Gott ok wir schauen ja gut ein bisschen Wärme oh mal zwei Wärme das lohnt sich schon wenn man überlegt ne so so wir kriegen jetzt 825 eigentlich sollten wir hier wir sollten eigentlich nur 250 grüfen 250 und jetzt kriegen wir einfach 825 so dann können wir uns jetzt die nächsten klicken im Film auf alle kaufen so dann gucken wir mal hier zu 10.000 ich überlege grad ich überlege grad na doch 10.000 können wir mal ähm aufopfern 17.000 17.000 ah 20.000 würde ich jetzt aber nicht was kriegen ok 45.000 warte kurz wie viele Pads können wir überhaupt nehmen 1 3 auf 30.000 auf 30.000 und ziehen da mal 3 Eier und suchen uns dann die besten aus wir können uns ja mal hier so ein bisschen was angucken die welt da mal den königsberg wir haben einen fluss mit zwei drücken da wie hoch geht denn das da überhaupt alter ich glaub das ente sieht man nicht mal ok so ach komm geh mal auf ähm 40.000 so geht das ja ah ich wusste aber na gut mein plan war jetzt hier 3 auf immer zu holen und das geht nicht oh wir haben ja oh was ist das ok wir haben schlechteste das ist doch mal gut wir haben einmal 15% dunkler ja aha wir kriegen safe nicht das beste ähm cut sind ja gut ähm warte hier ausrüsten alle kryp ausrüsten ausrüsten also wir kriegen jetzt hier mal eins mit den beiden oder ich wisse jetzt nicht wenn hier mal eins wärme steht einmal eins ist eins 200 mal eins ist immer noch 200 das macht keinen Sinn aber 200 mal 1,5 sind 300 ok also kriegen wir jetzt hier insgesamt mal 3 2 muss das denn ne insgesamt mal 2 mit denen und mit dem hier dann mal 4 4 oh so wir brauchen jetzt 45.000 ja 45.000 die sollten wir schnell haben oh oh ich dachte gerade schon dass dieses nervige ähm die Nachricht kommt du hast keinen Platz mehr nein das nervt mich weil wenn ich dann in den Shop laufe geht das nicht weg und dann muss ich raus du musst drauf klicken und ja was soll ich sagen ich bin faul so da haben wir sogar 50.000 mehr als wir brauchen so wir kriegen jetzt 400 hitze also 1.200 65k ok das sollten wir bei ich hier haben 1.200 sogar 2.000 krass also jetzt geht es hier äh richtig rund ich würde sagen wir gehen mal auf 50.000 ich würde sagen wir gehen mal auf 50.000 ich würde sagen wir gehen mal auf 50.000 so einmal zweimal so so ey wie viel Platz wir jetzt haben 35.000 das ist schon echt extrem viel ok 65.000 das ist schon echt extrem viel ok 65.000 schön dass ich das auch erst in der zweiten Folge feststelle schön dass ich das auch erst in der zweiten Folge feststelle perfekt so 75.000 so 75.000 so 2,8.000 2,8.000 manchmal pro klick also wenn ich essen tue und da haben wir auch schon genug geld und da haben wir auch schon genug geld springe auf die insel ok ok wir brauchen mal drei sprünge ok so gehen wir jetzt mal auf 100.000 ne so langsam wird es hier Zeit aber zuerst mal würde ich sagen gehen wir auf mehr Rucksack oder ne warte wir waren ja doch ok hm so da ist mein Rucksack voll wie viel kostet die überhaupt denn die nächste Sprung weil ich denke mal ich brauche ein paar mehr warte ah ok ah ok Mist ok da muss ich jetzt mal ok da muss ich jetzt mal wirklich im Shop gelandet ähm ähm so so ah eh meine Maus wandert immer irgendwie ja ah Mist ich dachte ich schaff's auch die Wolke ich hab schon gedacht ich schaff's nicht wenn ich jetzt runterfall äh ich sag mal so das wär jetzt blöd so so schaffen wir's bis zu oh so ah Mist sag mal wo ist denn jetzt hier überhaupt die Insel ach ich hatte kurz Angst Leute ähm ähm kann ich jetzt unten weiter kaufen ich hoffe mal wie viel kriegt man alter wie viel geld krass ok fünf stunden ja geht so kann ich jetzt hier weiter kaufen springe auf die inseln ach du heilige ok leute damit würde ich sagen das war's mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen falls er gibt dem video gerne daumen nach oben abonniert auch gerne diesen kanal wenn es dieser kanal gefällt und schreibt auch gerne vorschläge für videos in die kommentare wie die nudeln aussehen und damit würde ich sagen bis zum nächsten mal und schau